In diesem Video zeige ich dir, wie du das WLAN-Passwort deiner Vodafone Station ändern kannst. Servus YouTube, Wuhit hier. Um den WLAN-Schlüssel eurer Vodafone Station zu ändern, müsst ihr euch zuerst in die Admin-Oberfläche einloggen. Ruft dazu in eurem Browser die Adresse 192.168.0.1 auf und meldet euch mit euren Anmeldedaten an. Sobald ihr eingeloggt seid, klickt ihr in der oberen Menüleiste auf den Punkt WLAN. Ihr gelangt nun auf diese Seite und befindet euch normalerweise im Tab Allgemein. Scrollt auf dieser Seite ein wenig nach unten, bis ihr zum Punkt WLAN-Kennwort gelangt. Klickt dort auf den Menüpunkt Kennwort ändern, sodass sich diese Maske öffnet. Gebt nun euer neues WLAN-Passwort in der ersten sowie zweiten Zeile ein. Das Kennwort wird dir im Klartext angezeigt. Sei also allein bzw. hab nur Personen um dich, die das neue Passwort sehen dürfen, wenn du es konfigurierst. Beachte dabei auch, dass das Kennwort folgende Anforderungen erfüllen muss. Es muss mindestens 8 Zeichen umfassen. Es müssen Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern enthalten sein. Eine kleine Animation bei Kennwortstärke zeigt dir, ob dein Passwort ausreichend gut ist. Du solltest versuchen, hier ein starkes Ergebnis zu erzielen. Sobald du fertig bist, klickst du einfach auf Speichern. Anschließend lädt die Box neu und das Passwort sollte festgelegt sein. Ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Ändere das WLAN-Passwort bei einer kabelgestützten Verbindung. Falls nämlich etwas schief geht, kannst du immer noch auf die Oberfläche der Station zugreifen und es notfalls zurücksetzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.